Ich denke mal dein Dream. Dein Twitch. Ja, warte mal. Rogas riesiger Stein vielleicht. Danke. Nach oben, ne? Oder Duft der Zeit kann ich dann rein in den Cube? Das bringt doch nur für dich was, oder? Duft der Zeit, Pyloneffekte halten doppelt so lange an. Ja, für dich. Ach so, okay. Doof, ich wüsste nicht, was ich reinnehmen soll. Was tragen denn die anderen Supporter? Nun mal so gefragt. Morgens, Babs. Bei den Babs laufen keine Supporter mit normalerweise, oder? Na klar. Ja, also in der Meta war, also, ja, Pull-Bab halt, ne, aber... Der Pull-Bab, den müsstest du hier eigentlich spielen. Ja, und was muss ich da, was habe ich da? Einen Anstürm. Machen wir Bestenliste. Also drück mal rechts, klick auf deinen Banner. Dann machst du Bestenliste, vier Spieler. Und gleich den ersten Bab. Der obere, der... Kihaha, was? Ja, ich würde eigentlich in die letzte Season reingucken, weil die jetzige Season ist ja noch nicht so weit. Also deswegen, äh, weiß ich nicht. Ja, aber da gab's noch kein Bab. Da gab's noch keine Bab-Runs. Genau, oder in der letzten Season. Zwei, dreier, vierer. Ja, die spielen mit, äh, Schallende Wut und Ingeum. Ein Henker im Cube. Ach, ZE meinst du da, oder was, die zwei? Ja, genau. Der obere, der mit den esoterischen Stiefeln. Kihaha? Ja, aber der hat den Oculus auch drin, ne? Der spielt mit Oculus. Ja, aber... Aber es bringt ja nichts, wenn wir alle rumlaufen. Ja, das nimmst du halt. Die Kreise nimmst du, wenn sie da sind. Und das, wenn sie da sind, hast du halt Glück, wo du wirbelst. Ich habe ein paar brandneue Waren, die dich vielleicht interessieren. Du könntest natürlich auch für dich irgendwie ein Immunitätsamulett reinpacken, ne? Wenn du Probleme mit deiner Zähigkeit hast, ne? Ja, wenn du den Band der Macht anziehst, kannst du noch ein... ... noch ein Amulett in die Tür packen. Ich habe Band der Macht an. Oder Krümelchens. Aber es ist für dich ja Quatsch, da du eh keinen Schaden machst. Krümelchens ist ja Schwachsinn. Ne, das wäre Quatsch. Ja, aber Rakhoffs Leben zum Beispiel für Health Globes wäre eine Idee. Wie gesagt, die ganzen... Da könnte es auch ein Johannes Essence spielen, das sie betreut werden. Genau, ja. Also, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich habe noch nicht so viel Abklingzeit. In der ersten Stelle ist immer Abklingzeit. Ich weiß. Oder man könnte vielleicht auch das überwältigende Verlangen nehmen. Was ist das? Ein Amulett aus dem Bondi-Mods. Chance bei einem Treffer, den Gegner zu betören. Betötter leiden um 35% erhöhten Schaden. Aber, also, keine Ahnung. Das, gell. Ja, aber ich habe keine Bounty-Mods. Ja, gut. Nein, also das kommt aus der Bounty-Bag. Aus dem dritten Akt. Ja, ich habe das Ding, aber ich habe keine Bounty-Mods, um das jetzt reinzuziehen. Achso. Na ja, gut. So, wollen wir mal weitermachen hier, oder? Ja. Ich kann ja auch ein anderes Amul als Rolands nehmen, weil das ist ja immer wurscht. Wie gesagt, äh, pfff. Da ist mehres möglich. Immer das andere. Ja, machen wir erst mal was. 107. Hallo, die Weltfee. Ja, weiter geht nicht. Kann ich noch nicht. Ja, ich auch nicht. So, Leute, ich kann nicht wieder ragen, die Lieben irgendwann töten. Was? Ich will mir den dritten Gämpf. Was für ein Gämpf, ihr? Dritten. Welcher denn? Den gelben. Ah, der Stricken. Und das Hals will ich nicht wegmachen. Du? Du hast keinen Stricken? Nein, ich habe immer den Rogen und den Abblinker. Nicht den gelben Vierergegen. Nein. Das ist ganz schön doof. Warum ist das doof? Nee. Dann steigert sich der Schaden ja nicht. Mit jedem Schlag. Mit jedem Treffer, oder? Und nicht? Ja, mit jedem Schlag. Aber die Ecke ist scheiße hier. Können wir da nicht irgendwie skippen oder so? Ey, das ist richtig behindert gerade hier. Und das ist ein Brecher. Super, ganz toll. Aber der ist mit hochgekommen, ne? Der andere, der zweite, der gelbe. Das Gift macht mich so kaputt. Wollen wir die nicht stehen lassen? Ey, der ist noch so nicht. Ja, der macht Laser. Ey, haben wir jetzt Ledershow? Ja. Ey, ich komme hier nicht mal weg. Der haut einmal auf mich drauf, ey. Meinst du nicht, wenn der Wind ein bisschen zu hoch? Nein. Ich muss ja nur ein Gruppen. Kannst du entspannen. Ich muss die Bounties machen, wenn ich mir das ganze Zeit zusammenziehe. Mach so ein Laser. Na, ist da unten das mal ein Blutpack? Wo ist denn auch da? Ja, da. Er ist gelber, kommt auch noch hinterher, ne? Nur mal so. Ich weiß nicht, ob das so geschickt ist. Ja, eigentlich wäre es geil, wenn wir den Dings-Effekt von dem Season-Thema da benutzen könnten, um die zu schießen. Ja, den Wind kannst du wegpacken. So viel Laser hier. Ich muss die Dings skippen. Oder, na, der auf der Treppe ist halt auch beschissen. Gucken wir, wie die nächste Ebene aussieht, sonst gehen wir raus. Doch, die ist gut, Wotts. What? Ja, aber wenigstens ist mir Platz hier zum Wirbeln. Aber es lag wie sonst was. Nein, gar nicht. Ich habe ein Daumenkino. Ne, ich bewege mich eigentlich echt flott, im Gegensatz zum Gätenland. Ja, scheiße, ja, toll. Ich bin auch flott tot. Im Gegensatz zu den Gegnern. Jetzt bin ich tot. Jetzt bewegt sich wieder alles. Vielleicht sollst du den mal an den Rand setzen. Und nicht mit einem Rhein, Mann. Ja, und den Flächenschaden wollte ich nicht irgendjemand rausnehmen noch? Marihuana hat auch keiner. Da hörte keiner zu. Auch ein Brecher da, der eine, ne? Oh, fuck. Mann, Alice. So schnell musst du gar nicht mit dem Gold einsammeln. Ja, der draußen war doch nix. Ich bin extra rausgegangen, ey. Da ist doch nichts. Da war echt nix. Ich glaube, ich weiß, warum die in den hohen Rifts den Dinges rausgenommen haben, den zusammenziehen. Ich glaube, das ist genau der Grund. Deswegen haben die in der Strähne. Was dann nur lag? Ja, weil das zusammenziehen, damit kommt er nicht klar. Und damit müssen wir unseren Band der Macht triggern. Ich muss mal gleich gucken, was die haben an Angriff. Weil der ist schon krass. Ja, da müsste man immer rauslaufen, das irgendwo machen, wo kein Gegner ist. Nee, wir müssen ja die Gegner machen, damit die, äh, den Schaden kriegen, die Bewegungseffekte. Achso, ja. Die Kontrollverluste. Damit triggern wir ja unseren Stein. Das ist ja Damage. Oh, alter. Das ist wie ein Triple Pack, ne? Doppel auf jeden Fall. Ich muss schauen, ob es schon eine Entfernung hat. Aber wenn die drei weg sind, dann ist guter Fortschritt. Bei dir auch hier so am Flecken, hier. Bei mir geht's gerade. Ja, ne, hier, wo wir jetzt drin sind. Da, wo diese Treppen runtergehen. Polen schon aufgefallen. Der Aufstieg, eins. Da wuckelt. Schildpfeilen. Doppelpack. Das Schild schon gezogen? Ja. Okay. Einfach durchfahren. Zieh mal das da ran. Ja. Leider bewegt sich ja nichts. Das geht noch nicht. Also ich bleib ganz ruhig stehen. Ich kann nichts machen. Bewegt mich super. Noch nicht bereit. Aber alles andere bewegt sich nicht. Ich brauche mir Zeit. Ich brauche mir Zeit. Durch das Berühren, glaube ich, oder? Durch das Wirbeln. Noch nicht bereit. Er ist mit dem Schrottenfotten fahren. Bewegt sich langsam das. Jetzt. Boah, das habe ich nicht mehr geschafft. Anders? Ich denke, der Effekt von der Season, der macht auch noch das Lagen schlimmer. Und der Triggern will bei so viel. Area Damage hat keiner drin. Nein. Nein. Auch zunächst ein Leckparade. Ja. Du schreien. Mit, mit Dings schreien. Blitz schreien, ja super. Ja, baller. Oh, geil. Oh, Eis. Und leise. Bleib mir nicht tot. Komm, schnitt. Ach, Mann, ey. Ist da drüben peinend, nein. Wir warten hier schon echt viele Pylons. Ja, Laser und Eis. Oh, wow. Wir warten schon. Wir warten hier. Ach, Mann, ey. avor города. Wir warten rein. Wir warten hier. Oh, nein. Oh, nein. Reicht der? Ja. Lord. Ja, nee, oder? Wer? Ich muss rausgehen, wenn du grün greißest. Wer? Der gar doch gesagt hat. Ja. da ist der kreis weil der haut ganz in rein schon von 137 hätte das nicht ganz so doll geleckt wäre das gleich was anderes geworden aber schön ist das nicht ne also ne schön ist echt ich gehe in die stadt zurück ich gehe in die stadt zurück abklingt seit zehn prozenten da hat er nicht überall zu denken das ist zu teuer das flot der nephalem fließt der spiel gnadenloser ansturm wütender ansturm ich würde das gerne nochmal probieren soll man das ändern oder so lassen ja ne ändern also das aufstampfen rausnehmen ja das nehme ich auch raus dafür wütender ansturm man könnte auch sprung nehmen und aufhaltsame ansturm mit ansturm bist du noch schnell aber mit dem sprung kommst du wenigstens wieder scheiße raus was gibt denn ansturm und das nimmt man weil stimmt nach vor fügt gegen gegner im weg 600 prozent waffenschaden als blitzschaden zu und stößt sie weg stößt sie zurück und das zurückstoßen ist das ausschlaggebene welche rune war das? äh unaufhaltsame ansturm ja die blitzrune ja ich nehme sprengen dann kriege ich noch raus dann warte mal bestenliste hat er noch irgendwas geändert? soll ich schon auch was ändern? ne ne ich lass mal so lassen ne bei mir? äh ich denke ja erstmal warten was du und dann ändern so der spielt mit verhängnisbringer und äh am boss stolz da ist physischer schaden drauf auf den verhängnisbringer richtig immer krass noch nie gesehen auf der waffe war noch nicht relevant doch es gab mal beim wd einen physischen petbild da hat man auch mit dem gespielt aber das ist jahre her ok ja sag bescheid wenn ihr soweit seid also ich bin im überlegen auge des sturms in blutzug umzuwandeln ey schuhe schuhe es ist halt die frage ob das ob die äh bolkatos schwerter ausreichen um genug wut zu regulieren deswegen hast du ja auch auge des sturms drin und nochmal zusätzlich für einen naja schon klar das reicht ja aber wenn ich auge des sturms im blutzug ändern wollen würde um noch mehr lebens mehr weg zu bekommen dann machst du eigentlich dein äh dein 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 ding wie heißt es dann zerfleischen den lebensweg ist auch physisch noch achso halt euch für jeden getroffenen gegner um 0,5 prozent euch maximale lebens pro sekunde ja anstatt blutbad ja und wenn du in so einem haufen stehst dann fällst du nicht um also ich hab das beim solospielen probiert mhm mit dem komm ich richtig also ich probier das mal aus weil ich kipp hier down aus den latschen naja wer bist du ich bin schon längst fertig ich warte nur so ja ein level und dann nehmen wir auf wütende ansturm ne mit auf unaufhaltsame ansturm oh gut mal gucken oh na na ich nehme Sprung noch dazu das lebt trotzdem ok ich denke das wird auch ein Season-Effekt sein na jetzt gibt's den ja noch nicht wir haben ja noch nichts aber ja ich glaube man da wieder reingezogen wird ein ja ja aber scheiße wollen wir die skippen nein oh ja siehste mit dem Sprung halte es besser aus Alter das halte ich nicht mehr aus als es wird drinnen aber das halte ich nicht mehr aus als es wird drinnen ich kann das nicht in den ads stehen echt ich mach dich gut rein ich mach dich gut rein feiert du kannst sogar in meinem Opelist stehen user disconnected from your channel ja ich kann nicht in den ads stehen sie sorgen mich leer ist das hart ja ja wir sind gleich da hin nächstes Mapp ist falsch naja komm hin ich jetzt wow relockend da komm gleich das konnte ich besser stehen mit dem aufstampen das geht nicht Okay. Die haben auch alle Arcan im Moment, ne? Kann das sein? Ja. Aber ehrlich gesagt, seit ich mich zum Sprung drin habe, bin ich nicht mehr angefallen. Ah, jetzt legst du wieder wie sonst was. Obwohl die weiter auseinander stehen. Da ist ja auch das, äh, das Blut, was hier rauskackt. Und wenn ich meine Kombination noch einhacke, dann ist das ja auch. Was? Was? Haa. Hahaha. Hahaha. Ja. 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 Okay. wieder kahn und es ist ein brecher er hat aber nur halbes leben richtig da ist noch ein paar die ganze umgehung da ausgelassen die ganze einem pulling rum ausgelassen aber egal ja ja es war so klar dass er kann noch kommen genau ein fleck wo ich nicht stehen kann und die haben feuerketten auch nicht so schön ja im lebensplan und feuerketten richtig ja 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 aber die sind schon fast da ja 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 ich komme mit meinem kippel trotz der jahre und dafür habe ich zu wenig ja 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 locker, easy ähm, ne, ich kann dich nicht ne ne, ich geh raus dann können wir ja morgen gucken, ich hab da so ein paar grüne Sachen, dann können wir gucken, welche ich dann wegtun kann dann, ne? uralt Blitzerschrein da hinten nochmal blau ah, jetzt soll ich ihn ziehen keine Ahnung ich zieh mal dann haben wir aber drei Packs ja das ist mega laggy da hingefroren, oder? ne oh, Laser Party Laser, Eis, Feuer ja 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 wooo ja 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 Der Effekt. Der Effekt. Da, da ist Powerpilot. Oh nice. Schiebt das einer von euch. Schiebt das einer von euch. Ja, für den Boss. Warte, warte. Normalerweise hätten wir noch weiter warten müssen, aber... Ich hoffe, der geht nicht so langsam runter. Wenn wir mit der Arm strecken... ...müsste doch gut runtergehen. Ja, normalerweise hätten wir zumindest zwei Leute aufladen müssen. Und wenn die aufgeladen sind, dann ins Dien. Aber wird schon. 3 Sekunden hoch. Ja, ich hab halt den. Erst bei mir dauert nicht so lange. Huch, 455. Ich will da nur die Waffen in Uralt hin. Was, 455? Sind wir im Platz. Ey. Schere in die Stadt zurück. 05. 05. 05. 05. 1. 1. 2. 1. ich hab jemand braucht ja 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 bitte ja so dann später du nimmst zuerst schade jetzt mag ich mir nur schnell den kippe bauen anstrengend ja selbst das ding ist das anstrengend ausweichen ja nicht sterben eigentlich könnte ich anstatt krutz erleben drauf machen dann liebe ich so die nachlänge lyrics oder widerstände ja 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 weiter pushen hab ich keine lust das leckt wie sau ja bitte dann nehme ich auch wieder die aufstampfen mit rein ich bleibe ich speichere das jetzt hier über diese einschränkungen dann ich weiß nicht hat nix gesagt auf einmal vielleicht eingeknackt mich ja nicht du bist genauso lange wach wie ich ja ich bin gleich wieder da es ruft ihn an 90er habe ich so wow so hat der ruft die Uhr an in der die grünen sachen die ich hab da in uralt da muss einer drüber gucken man kann auf die brust zerfleischen drauf machen gut 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 Vielen Dank. Ja, die muss arbeiten. Nicht auf der Couch eigentlich laufen, ne? Also. Das muss auch klappen, ne? Okay, das wollte ich nur sagen. Geht gar nicht. Da muss ich keinen Anschluss. 90 geht gar nicht bei mir. Was, 90? 95 geht gar nicht. Das ist was hohes Laufen, oder wie? Ach so. Soll ich anmachen, oder was? Ne, ich guck mal jetzt. Ich mach erstmal 93. Mal gucken, ob der dann höher geht. Boah, ich bin grad auf 94 gelaufen. Solo. Ich mach auch grad Solo hier. Ich denke, das... Ach. Was kann ich eigentlich machen? Ich bin voll deppert. Ich hab uralte Handschuhe mit Eingriffsgeschwindigkeit und mach noch Abklingzeit drauf. Ich depp. Und zwar keine Kugeln drauf. Und zwar keine Kugeln drauf. Kein Crit. Wenn wir mal kein Crit haben, will kommt nur Crit. Ja, ich weiß. Das ist ätzend, ne? Das Würfeln und nach was... Das ist... Da geht ganz schön viel Mats auch drauf, ne? Ja. Komm, Abklingzeit 8. Ich... 7 hab ich schon. Brauchst du kein Crit, Crit 50. Danke. Danke. Eben pro Treffer wäre noch geil, wenn ich es einfinde. Und Kundenradius. Da, 8. Super. Super. Du, alter Handschuh. Reichen. Wenn ich den Schaden wegdrehe, kriege ich was. Angriffsgeschwindigkeit. 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 Theoretisch. Bitte ist schon besser. Angriffsgeschwindigkeit. 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 Kommt nicht. Angriffsgeschwindigkeit. Und ob sie alle da sind. Wenn ich da drehe ich. Angriffsgeschwindigkeit. Kommt. Lass ich auf Witt. die anderen nicht da also noch da ja macht gerade hier 93 90 geht bei mir hier aber kann ich noch nicht laufen weil du musst die hochspielen ja die musste selber oder in einer gruppe gewesen sein dass das dann aufmachen kann ich bin jetzt solos 93 angriffsgeschwindigkeit 5 ok ok es kann doch nicht sein dass es schon bei 95 so anfängt zu lecken hier und darauf an wo du da bist gerade auf einer ebene leckt das umhören ja 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 noch machen um das pferd zu bekommen und gilt dann aufzubekommen ist abzeigen was das sein soll besteht alles was man also bis zum schlechter schlechter die wächter ja aber für die erste beim lehrten kristian viel geiler sind ja tunfach wenn du noch nicht 30 das tun hat ich schon mal bekommen ja aber hat es insgesamt vier stück wenn du maximal 13 haben kannst du alle kaufs und dann noch nicht 13 hast dann kannst du mir noch ein zwei ein weiteres freispiel war noch ein sport wenn du schon 13 hast und das zählt halt für immer das bleibt ja ja das geht auf 9 hießen über direkt so und der begleiter für den finde ich ultra geil ich finde gut ich hab auch den rahmen schon der vom wächter der ist doch neu der begleiter der ist auch neu nein nein der goblin der goldene goblin ich habe den unteren noch nicht gesehen bei den goblin habe ich noch nicht geben auf wächter und dann guck dir mal den goblin an der ist ultra geil ja ich finde ich ultra gut ja den hole ich mir dann doch das rahmen habe ich nicht auf jeden fall ab 95 sind weg hatte ich nicht gesagt dass ich für mein wd sammeln ja 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 okay ja 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 da ist blau in der ecke aber da ist auch der ausgang immer erst mal da oben machen wir die große runde ganz schön ja ich hab's geschafft jetzt geht's jetzt 93 10 minuten ich hab auch ein bisschen demige gebracht aber ich hab auch mehr brauchen 15 15 15 18 15 15 15 16 15 19 20 Doppelpack hier. Gelb-Blau. Ein Brecher. Das ist nicht so schlimm, 95. Gut das für mich. Eine Gilde mal posten. Slash C, dann kannst du es in den Clan posten. Nein! Ja, kannst hier einfach auswählen. Ja, Flächenschaden, Ressourcen passt, das ist nicht toll. Meinst du das Krümelchen? Ja. Ne, ist nicht gut. Grit, Grit und Hele-Damage. Oh ne, ne. Ich hab da jetzt nie noch. Drück mal Knäppchen. Garde bekommen. Ist das nicht geil? Ja, GZ. Primal, 15 Seelen. Genau. Ja, natürlich. Was willst du denn damit machen, man? Ja, kannst du nix mehr fahren. Wer war jetzt dran mit der nächsten Gabe? Ich. Jo, fliegt jetzt gleich hier. Ja, ich hab nämlich keine mehr. Danke. Sicher das. Ich muss zurückkehren. Das geht nicht gut. Ach, ich hab auch eine Gabe gefunden. Ah, hier, deine Steinpanzerhandschuhe, ne? Und da brauchst du nicht mehr. Da brauchst du nicht mehr. Da brauchst du nicht mehr. Ah, ist klar. Steinpanzerhandschuhe, ne? Ja, dann mit physisch. Und schaden. Ich hab da mal was gefunden, ne? Was? Danke. So soll das aussehen. Posted. Ach, ach so, da, ja. Komm auf, da hab ich... So. Ja, genau. So soll das aussehen. So soll das aussehen. So soll das aussehen, so wie dies hier. Ja, die Sache ist, du kannst ja nur ein Stat umrollen und du brauchst auf jeden Fall einen Sockel drauf, ne? Mhm. Also ist schon ein guter Anfang, aber... Ne, 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 das ist... Wieso ist doch alles drauf? Stärke weg in Sockel und gut. Stärke? Nein, wir reden gerade über ein anderes. Okay. Der hat gerade eins gepostet. Physisch, Stärke, Vita, Critschaden. Ja, Vita. Ähm. Ich sag es, ein Anfang. Genau. Kann ich mehr tragen. Ihr seht aus, als könnte wir diesen... Sonst seid wieder. Fiesesockel. 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 Guckst du, wie ich mein Schwert zusammengebasselt hab are? Guckst du, wie ich mein Schwert zusammengebastelt habe? Ötet Rakten. Ja, perfekt. Ötet Isul. Ich kenne noch die alten Supporter, Wirbel Baba. Räckchen, weiß Räckchen, wo kommst du her? Nicht aus den Wahrheit. Akku leer. Akku leer. Akku leer. Akku leer. Ist der noch blauer? Ja hier ist noch was blauer. Was ist der denn jetzt da? Und oben ist golden Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Was hat sie zerlegt? Da nix. Also ich lege nicht so schnell in den Dreck. Das muss schon einen großen Rift dann sein. Stopp'n die Teile, wenn du noch welche bekommst.